... und hier ist es genau... ... und hier ist es auch hier... ... und hier ist es... 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 Janett, der geht es weiter... ... und hier ist es... ...aahів... Jetzt können wir in die andere Ressung fahren und dort ein Schnee-Grepp-Schneudern raus. Was lässt man das Schnee-Grepp dann runter? So, jetzt können wir hier die Kabinenräder einschauen. Warte jetzt ein bisschen? Ja, schau mal, da dreht sich jetzt was vorne. Danke schön. Das ist noch ein Schnee sozusagen. Nein, nein, nein. Das ist noch ein bisschen schwerer. Ja, das ist ein Schnee-Grepp. Wisst ihr das? Dann laufen die Schnee-Grepp. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5.